Ja hallo, ich bin der Julian und hier haben wir heute mal die GoPro Hero 3 Silver Edition für euch. Die Silver Edition kam ähnlich wie mit der Black & White Edition raus. Was die Silver Edition nicht hat, also beziehungsweise die Silver Edition ist hier das mittlere Modell. Die Silver Edition hat leider keinen 4K-Videomodus und hat auch noch ein paar weniger Dinge gegenüber der Black-Version, wie zum Beispiel, dass man hier nicht so gut bei schwachem Licht Fotos aufnehmen kann, beziehungsweise Videos aufnehmen kann. Die White Edition ist dann noch ein wenig abgespeckter mit 5-Megapixel-Kamera, auch Full-HD-Modus natürlich. Und ja, hier haben wir einen 11-Megapixel-Foto-Modus, Full-HD-Videoaufnahme bei 30 Frames und bei 720, bei einer Auflösung von 720p natürlich auch 60 Frames. Was die Kameras alle gemeinsam haben, die neuen, die Hero 3 Modelle, ist, dass sie WiFi eingebaut haben. Das ist nämlich ziemlich cool, denn früher musste man hier über den komischen Modus und die Tasten hier die Einstellungen treffen. Jetzt geht das ziemlich einfach per App. Wie das geht, möchte ich euch hier ganz kurz mal demonstrieren. Ja, also wie gesagt, wir haben hier die Kamera, hier die Anschlüsse, Micro-HDMI, eine Micro-USB, Micro-SD. Dann hier hinten der Akku, den wir natürlich auch mal kurz rausnehmen können, wenn ich euch den mal kurz zeigen kann. Ja, der ist so groß, hat 1050 mAh, hält jetzt nicht allzu lang. Das heißt, man darf da nicht so viel Aufnahmen machen. Aber ja, eine 16 GB SD-Karte sollte es damit schon gut voll bekommen. Ja, was man jetzt hier machen kann, ist, man kann schon, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, ihr seht, das Displayphone ist nicht an, kann man WiFi anschalten. Das heißt, man kann dann eben, ja, die Kamera versetzt sich in so einen kleinen Standby-Modus, was jetzt hier gerade nicht funktioniert. Deswegen schalte ich die Kamera erstmal komplett ein. So, jetzt ist die Kamera an. Ihr seht, hier kann ich noch 54 Minuten aufnehmen, bzw. 5451 Bilder machen. Ich drücke jetzt hier links drauf und dann seht, WiFi ist an und hier vorne leuchtet die LED blau. Jetzt kann ich das Ganze auch wieder ausschalten und WiFi bleibt trotzdem angeschaltet. Das hat den Vorteil, dass man dann eben mit der App die Kamera auch ein- und ausschalten kann. Wie viel das jetzt stromtechnisch bringt, wage ich mal zu bezweifeln, weil ja im Prinzip nur das Display aus ist und das WiFi dennoch an. Aber ja, das, ja, im Zweifelsfall sollte man auch wirklich das WiFi ausschalten. Ja, wir sehen jetzt hier, hat es ein WiFi erstellt. Wenn man das erste Mal die Kamera bekommt, dann ist das ein wenig komisch, denn man muss erst über den PC quasi die Kamera registrieren. Dann kann man Dateien auf die SD-Karte machen, die übrigens nicht mitgeliefert ist und dann ein WiFi-Passwort festlegen. Sobald man das aber mal hat, geht das dann ziemlich einfach. Ja, jetzt haben wir die App eingerichtet. Ich öffne sie jetzt mal hier und dann sehen wir schon GoPro Be A Hero und die Kamera wurde jetzt erkannt. Ihr seht, ich bin verbunden mit der Kamera, also es baut ganz einfach einen Hotspot auf, mit dem man sich dann verbinden kann. Wir gehen jetzt hier auf Connect and Control und da seht ihr schon Camera Off. Jetzt können wir hier die Kamera einschalten. Start kurz, die Kamera geht an. Starting Preview und schon sollte das Ganze eigentlich loslegen. Ich mache jetzt mal noch kurz hier die Helligkeit ganz nach oben. So, jetzt seht ihr schon meine Hand. Es gibt so eine Verzögerung von zwei bis drei Sekunden. Ihr seht, wenn ich jetzt das Bild hier drehe, geht das ein wenig verzögert. Aber insgesamt sollte das reichen, um eben kurz zu sehen, wo ist die Kamera überhaupt hingerichtet und was filme ich denn gerade. Man kann es natürlich auch noch groß machen. Auch der Querformatmodus geht. Also hier ist ziemlich alles möglich. Dann schauen wir mal kurz in die Einstellungen rein, was eigentlich für mich das Interessanteste ist, weil man wie gesagt nicht mit dem komischen GoPro Menü rumfummeln muss. Man kann hier dann eben Settings gehen, hier den Namen der GoPro ändern. Die Version kann man natürlich nicht ändern. Den Namen des Wi-Fi-Networks auch nicht. Dann hier die wichtigen Dinge wie Video Resolution. Das heißt, dann kann man hier einstellen, was für eine Auflösung es haben soll. 30 Frames oder 24 Frames. Natürlich bei Full HD nur. Wir können jetzt mal hier 27p gehen und die Framerate auf 60 Frames pro Sekunde erhöhen. Also es geht natürlich auch alles. Hier können wir noch einstellen, ob es eben Weitwinkel aufnehmen soll oder nicht. Hier noch die Fotoauflösung. Ganz interessant, wenn man dann hier Bilder machen will, auch mit der Kamera, die eigentlich ziemlich gut von der Auflösung her sind. Also kann man sich wirklich nicht beklagen. Wir können hier noch die Burst Rate, also für Serienbilder einstellen. Dann noch Timelapse. Timelapse ist ziemlich cool. Habe ich auch verwendet und das Video werde ich bald noch online stellen. Da kann man einstellen, dass es alle so und so Sekunden ein Bild macht. Von einem Sonnenaufgang zum Beispiel in den Bergen ziemlich gut. Denn dort tut sich natürlich ziemlich viel. und da hat die Kamera einiges aufzunehmen. Da hatte ich dann glaube ich zwei Sekunden eingestellt. Und das Ergebnis war wirklich ziemlich cool. Natürlich muss man am Ende noch die Bilder zu einem Video zusammenfügen. Mit ein wenig Bildbearbeitungs- oder Videobearbeitungsskills sollte das aber kein Problem sein. Ich zoome mal kurz hier näher hin, dass wir das auch besser sehen. Ja, dann haben wir noch so verschiedene Capture-Settings. Dann können wir noch einstellen, wie hell die LED sein soll, wie laut der Sound sein soll, PAL oder NTSC über die HDMI-Ausgabe. Dann können wir dann auch noch hier Dateien löschen oder alle Dateien löschen. Wir könnten hier auch noch die Uhrzeit einstellen. Vermutlich nimmst du einfach die Uhrzeit vom Smartphone, was natürlich ziemlich praktisch ist. Da können wir noch einstellen, wie viel Speicherplatz noch frei ist, wie viele Fotos auf der Speichergarde sind, wie viel noch auf der Batterie sind, wie viel Prozent und so weiter und so fort. Was man mit der App-Lader nicht machen kann, ist direkt die Dateien anschauen. Das heißt, wir haben keinen Datei-Browser. Wenn man eben was anschauen will auf der Kamera, dann muss man sie mit einem PC verbinden, die Micro-SD-Karte in ein Smartphone schieben oder etwas in die Richtung. Aber man kann hier leider nicht direkt die Bilder anschauen. Ja, hier Camera-Controls. Da habe ich jetzt gerade Locate-Me gemacht. Ihr seht es, bei Locate-Me piepst die Kamera. Also, falls man die Kamera irgendwo in der Tasche hat oder so, kann man dann hier Locate-Me drücken und dann piepst die Kamera. Das machen wir jetzt aber wieder aus. Und können noch die Preview ausschalten, falls wir wirklich nur Start-Stop drücken müssen. Das sehen wir hier Preview-Off. Dann können wir jetzt hier aufnehmen. Dann seht ihr hier unten links beginnt die Aufnahme oder auch wieder stoppen. Dann stoppt die Aufnahme. Ja, zwischen den verschiedenen Modi können wir einfach hier wählen, unten rechts Übereinstellungen. Das sehen wir im Foto-Modus, im Serienbild-Modus und in dem Timelapse-Modus, wo er, wie gesagt, in dem gewählten Abstand immer Bilder macht. Wir sehen jetzt hier unten, läuft der Timer runter. Und dann macht es eben ein neues Bild. Macht natürlich nur wirklich Sinn, wenn man ein Stativ hat, zusammen mit der GoPro. Da gibt es aber auch noch diesen Stativ-Adapter, den man dann auf jedes handelsübliche Stativ schrauben kann. Und natürlich auch die gewohnten Cases, die es da mitgibt. Das kennt ihr bestimmt alle. Da kann man dann eben die Kamera entsprechend einbauen. Und es gibt auch wirklich jede Menge Zubehör, mit denen man das Ganze befestigen kann. Das heißt, hier solche schicken Klebestreifen. Dann aber auch noch eine Helmhalterung, die es hier gibt. Das heißt, man kann es eben sich entweder über den Kopf ziehen oder über einen Helm. Und das Ganze dann hier mit diesen Schrauben befestigen. Oder aber auch noch diverse Winkel, wie zum Beispiel das hier, um das dann eben seitlich zu befestigen an einem Auto und so weiter und so fort. Natürlich gibt es auch noch Brusthalterungen, Saugnäpfe und wirklich alles Mögliche. Also ihr könnt die Kamera wirklich befestigen, überall wo ihr wollt. Und durch die eingebauten WiFi-Funktion funktioniert das Ganze auch ziemlich gut, wenn man das eben ferngesteuert steuern will. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Die Silver Edition kostet wie gesagt 350 Euro, die Black Edition 450 Euro, die White Edition 250 Euro. Ich poste euch noch den Link dazu, zu der GoPro-Seite, wo ihr dann die Unterschiede der Kameras findet. Ich mache mal hier wieder Stop bei der Aufnahme. Und wie gesagt, alle haben WiFi eingebaut, was ziemlich praktisch ist mit den Apps. Die es natürlich auch für das iPhone gibt und man damit auch ziemlich einfach das Ganze steuern kann. Ja, das war's von der GoPro Hero 3 Silver Edition. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!